Willkommen zurück zu Crash Bandicoot für die Nintendo Switch. Wir haben im letzten Part die ersten drei Level abgeschlossen und meine Güte, hat das Spaß gemacht. Da muss ich ja instant weiter aufnehmen. Wir legen weiter los mit Level 4 Boulders. Was muss ich mir darunter vorstellen? Immer diese englischen Namen. Hätte man das nicht auch übersetzen können? Naja, vielleicht einfach wegen der Nostalgie, schätze ich jetzt einfach mal. Oh Gott, nein, es ist so ein Level. Ich weiß ganz genau, was es mit diesen Level-Arten auf sich hat. Und zwar ist das ein Level, bei dem wir die ganze Zeit Richtung Kamera rennen und von irgendetwas verfolgt werden. Und wir sehen erst verdammt spät, was vor uns auf uns wartet. Und das ist einfach so verdammt ekelhaft, dieses Level oder die See-Level. Und die gab es auch damals schon in, ähm, ich weiß nicht, wie hieß es, ähm, äh, 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 ich glaube, Donald Duck Quack Attack? Da gab es das auf jeden Fall auch schon. Und auch da habe ich diese Level sowas von gehasst. Dafür wird auch irgendwann noch ein Let's Play kommen von Donald Duck Quack Attack. Darauf habe ich auch mega Bock auf dieses Spiel. Okay, aber es dürfte ja das erste Level sein, dementsprechend. Vielleicht sind die Entwickler ja noch ein bisschen human. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen. Wir müssen natürlich hier auch überall Ausschau halten nach, äh, Kisten, genau. Denn wir wollen ja schließlich die 100% und hier eine Kiste zu übersehen kostet uns instant die 100%. So, sehr schön. Einen Checkpoint haben wir eben schon mal erreicht. Und da kommen jetzt die Crazy-Sprünge. Ach du Scheiße. Äh, äh, das ist so verdammt knapp. Warum ist das so verdammt knapp? Alle Wumpa-Früchte mitnehmen. Alle Kisten mitnehmen. Das ist noch wichtiger als die Wumpa-Früchte. Und rette dich in irgendeinen Tempel-Crash. Denn da kann uns ja, wie wir bereits gesehen haben, diese verdammte, fette Kugel nicht mehr verfolgen. Okay, nice. Oder einfach ein Ziel. Finde ich auch okay. Easy. Und den nächsten Kristall erhalten. Jump'n'Run geht's von Level zu Level. Braucht man nicht lange warten. Funktioniert. Oh Gott, was ist das jetzt? Äh, irgendein Wasserlevel. Und ich weiß, Crash Bandicoot kann im ersten Teil nicht schwimmen. Deswegen ist das Wasser bei instant, äh, ist das Wasser instant tot bei Berührung. Ah, wie ich das wiederfinden soll. Ich weiß es auch nicht. Okay, was ist das für ein wild gewordener Piranha? Ne, wir ignorieren ihn einfach mal. Das ist, glaube ich, sowieso das Beste. Wir ignorieren einfach alles, was mit Wasser zu tun hat. Jump'n hier von Seerose zu Seerose. Keine Ahnung, ob die untergehen. Das wäre vielleicht auch noch relativ interessant zu wissen. Also, ob ich da lang draufstehen kann. Oder ob die nach einer Zeit unter... Iiiiih, badabadu. Okay. Da springt einfach der Fisch raus. Crazy. Okay, ich habe auch keine Ahnung, ob ich die töten kann, die Fische. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel einmal ein Extra-Leben, das ich mitnehmen möchte. Und dann aktivieren wir das TNT. Und dann muss ich schnell weg da. Denn das TNT, äh, fast hätte mich sonst getötet, glaube ich, an dieser Position. Außerdem, ganz wichtig zu erwähnen ist vielleicht auch noch, dass die TNT-Fässer zu den Fässern am Ende des Levels dazugehören. Das bedeutet, selbst wenn du ein TNT-Fass verpasst hast, hast du nicht die 100%. Also, die gehören wirklich dazu zu den 100%, die TNT-Fässer. Die muss man... Ach du Scheiße, was war das für eine Steuerung gerade. Äh, die muss man zerstören. Oh ja. Und auch das ist relativ ekelhaft. Tot. Ertrunken. Eiskalt. Ertrunken. Und jetzt gibt es hier nicht mal mehr ein Extra-Leben. Ja klar. Ja klar. Alter, werden wir ekelhaft, Spiel. Alter, werden wir ekelhaft. Ich habe keine Akku-Akku-Maske mehr. Ich habe keine... Ich bekomme nicht mal mehr Leben. An der Stelle, wo es Leben gab. Oh mein Gott. Das ist jetzt schon schwieriger als Donkey Kong. Weil in Donkey Kong, wenn du ein Extra-Leben-Ballon gefunden hast, dann ist der auch beim Tod wieder respawnt. Hier entscheidend nicht. Gut. Das heißt, ich muss mich auf alle Akku-Akku-Masken verlassen. Und die Extra-Leben sind nur so nebenbei mal wichtig. Ach Gott, wie da richtig Scheiße gelöst. Und hier sind schon wieder solche seltsamen Plattformen, die mich da irgendwie unter diesen Holzpflok führen wollen. Ich nehme mal an, auch dieses Level können wir nicht 100% wenden. Genau deswegen. Gut. Dann belassen wir es dabei. Und versuchen einfach nur das Ziel zu erreichen. Was soll's. Aber das Bonus-Level nehme ich natürlich mit. Lass ich mir nicht zweimal sagen. So. Läuft. Alle Kisten zerstören. Aber vorsichtig. Nicht zweimal in irgendein Loch reinfallen. Denn ansonsten ist man tot. Aber die Steuerung ist schon echt merkwürdig in diesem Spiel. Naja, am Ende dieses Bonus-Levels gibt es immerhin zwei Extra-Leben wieder. Sehr schön. Das nehme ich dankend an. Jedes Extra-Leben rettet mir das Leben. So. Na dann. Ich muss auf jeden Fall gestehen, Crash steuert sich echt schwammig. Also die Steuerung hätte ich mir beim Zusehen echt viel besser vorgestellt. Allein für so ein Remake von so einem Spiel. Aber. Ja gut. Ist wahrscheinlich auch wegen der Nostalgie so gelöst worden. Gut. Wieder mal nicht 100%. Schade, schade. Drei Kisten. Ekelhaft. Ekelhaft. Aber gut. Hat wahrscheinlich was mit diesen Plattformen auf sich, die wir gesehen haben in Richtung Wasserfall. Irgendwann werde ich auch dieses Rätsel lösen können. Ganz bestimmt. Oh. Was ist das hier? Papu Papu. Sieht mir entweder nach so einem Cranky-Verschnitt aus. Oder nach dem ersten Bosskampf. Interessant. Die Insel-Wanderschaft ist aber noch nicht vorbei. Das geht noch ein Stück. Bis wir die abgeschlossen haben. Gut. Ich weiß nicht, was es ist. Deswegen einfach mal bestenfalls das machen, was man sonst immer macht. Und speichern. Sehr schön. Na dann. Papu Papu. Was ist das? Oh ja. Das sieht mir nach ersten Boss aus. Das sieht mir so hart nach ersten Boss aus. Okay. Moin Moin. Wie geht's? Okay. Du scheinst drauf zu hauen und dann kann ich dir auf deinen Kopf springen. Okay. Prinzip verstanden. Oh mein Gott. Er dreht sich. Okay. Er dreht sich, nachdem er dann zugeschlagen hat. Das bedeutet, dann darf ich mich bestenfalls natürlich auch nicht treffen lassen. Ey. Ich hab keine Aku-Aku-Maske. Das ist ekelhaft. Warum hab ich keine Aku-Aku-Maske? Egal. Der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Und sein Hintern guckt raus. Aus seinem seltsamen Blattrock. Yeah. The fuck? Was war das für ein schlechter Boss? Wie es aussieht, wollten die Entwickler freundlich sein am Anfang. Das war ja echt schwach. Naja. Warum soll ich mich aufregen? Kokos Zeitmaschine. Was haben wir jetzt hier? Möchtest du, dass sie dich auf deinem Abenteuer begleitet? Äh. Warum nicht? Ich drücke RT, um zu Koko zu wechseln. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich das soll, aber ich nehm die gute Koko einfach mal mit. Spiel trotzdem noch den restlichen Part, glaub ich, lieber mit Crash Bandicoot. Rolling Stones. Also da natürlich auch gerne aufklären, was es damit auf sich hat. Genauso wie, was es mit diesen seltsamen Plattformen da auf sich hat. Und ab wann ich in diesem Level die 100% holen kann. Falls ihr das wisst, äh, würde mir das doch sehr, sehr helfen. Weil ansonsten muss ich selbst danach googeln und naja. So haben wir wieder ein bisschen Community-Interaktion hier in diesem Projekt mit drinnen. Gut. Akku-Aku-Maske direkt zum Start. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Ich liebe es, wenn es Akku-Aku-Masken gibt. Das freut mich immer ungemein. Und anscheinend haben wir jetzt hier wieder so ein typisches Level mit diesen seltsamen, ähm, ja, wie heißt's, mit diesen seltsamen rollenden, ja, Rolling Stones, äh, 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 ultra. Aber aufpassen. Level-Namen. Ne? Es ist halt genau das. Es ist genau der Level-Name. Scheiße, da hab ich gerade einen One-Up gekillt, auszusehen. Aber gut, äh, Kisten zählen als tot. Also, was soll's. Ne? So, da hab ich auch wunderschön instant die falsche Kiste aktiviert. Ich glaube, auch da hätte es ein Extra-Leben in der Mitte gegeben. So, so, naja, egal. Letzten Endes sind die Kisten kaputt. Und genau das, äh, da ist eine Plattform. Die hab ich nicht gesehen. Ah, diese Kamera. Ich weiß, dass die mich so aufregen wird in späteren Leveln. Einfach, weil ich die Hälfte nicht seh. Aber gut. Crash Bandicoot. Ah, jajajajajajajaj. Und auch jetzt hier, bei den Rolling Stones, find ich so verdammt ekelhaft, die Kamera. Denn immer, wenn die Rolling Stones gerade vor mir sind, kann ich, oder wenn die Rolling Stones gerade die Kamera verdecken, kann ich meinen Sprung schlecht abschätzen. Das bedeutet, ich muss entweder meinen Sprung schon instant richtig geplant haben, oder, ja, es, äh, läuft nicht allzu gut. Gut, der Unsterblichkeitsbonus kommt mir hier relativ gelegen, wollte ich sagen. Und dann, äh, aktiviere ich hier aus Versehen ein Bonus-Level. Ah, blöd. Naja, gut. Dann, äh, kümmern wir uns erstmal um das Bonus-Level. Damit das gelingt. Auf die 100%. Vielleicht können wir dieses Level ja wieder instant auf 100% abschließen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn das, äh, klappt. Denn 100% sind immer was Nices. Das Extra-Leben nehme ich natürlich auch dankend an. Sehr schön. Hier noch ein paar Wumpa-Früchte mitnehmen. Und alle Kisten zerstört. Raus hier. 87 Kisten gibt es. Da können wir ja eigentlich auch schon mal das Pause-Menü auschecken. Aber hier kann man nicht sehen, wie viele Kisten es pro Level gibt. Gibt es irgendeine Taste, die ich drücken kann, um das zu sehen? Tatsächlich, der X-Knopf. Mit dem X-Knopf kann ich dieses Menü hier aufrufen und dann sehe ich, wie viele Kisten mir für die 100% noch fehlen. Okay, das ist recht hilfreich. Das ist echt hilfreich. Das, äh, zu wissen, finde ich es sehr, sehr schön. Was ist das jetzt hier? Äh. Also entweder muss ich jetzt zurückgehen, um dieses Bonus-Level zu spielen. Oder ich habe die 100% schon verkackt. Ich glaube, ich habe die 100% schon verkackt. Hä? Wo waren denn jetzt noch zwei von diesen scheiß, weiß ich nicht, Gesichtern? Ah. Echt keine Ahnung, du. Also wirklich nicht. Also entweder fehlt mir hier wirklich noch etwas. Oder ich kann hier die 100% schon holen. Nur ich war einfach blind. Kann beides sein. Ich weiß es nicht. Äh, ekelhaft. Auch da, wenn ich ein Level beende, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das schon möglich gewesen wäre auf 100% oder ob, äh, ich da erstmal, ja, wie sagt man, noch ein bisschen was finden muss, um hier die 100% in den Level abzuschließen. Hogwild. Einfach nur, damit ich dann Bescheid weiß. Wir sammeln natürlich die 100% im Let's Play. Das bedeutet, wenn ich die 100% nicht instant bekommen habe, dann, äh, ja, spielen wir das Level irgendwann im Let's Play nochmal und versuchen dann die 100% zu bekommen. So, was haben wir denn jetzt hier für ein crazy Level? Ein Wildschwein-Level, bei dem ich anscheinend das Wildschwein einerseits reite, andererseits auch steuere. Ja, also das bewegt sich nicht von selbst. Ich muss ja nach rechts, links drücken und muss, äh, den B-Knopf zum Springen benutzen. Okay, äußerst interessant. Äh, ja, 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 ja. Lohnt es sich, über die drüber zu springen? Nein. Okay, das heißt, ich muss diesen wahnsinnigen Typen ausweichen und aus dem Weg gehen. Ansonsten töten die mich. Interessant. Gut, dann gehen wir jetzt hier auf die Seite rüber. Also, soweit ich das gerade gecheckt habe mit diesen, äh, bewegenden Typen, immer auf die Seite gehen, ja, immer auf die Seite gehen, auf der sie starten. Also, wenn die in den Bildschirm kommen, immer auf die Seite, auf der sie losgegangen sind. Das werden der, ja, okay, hier ist es relativ egal. Hier habe ich immer den, die Richtung geschafft. So, hier dann die Richtung. Ja, ist ein bisschen auswendig lernen, das Level. Ist so ein bisschen lower level. Oh Gott. Aber ich möchte natürlich auch alle Kisten, weil, naja, wer weiß. Vielleicht. Nicht, nicht wahr? Oh, ist das ekelhaft. Autsch, das muss wehgetan haben. Voll gegen die Stacheln. Alter. Okay, das Level ist wirklich nicht einfach. Also, hier Leben verlieren ist, glaube ich, voll in Ordnung. Ich glaube, das passiert wirklich jedem. Aber was mache ich gegen den Freak? Vor allen Dingen, ich muss ja die Kiste bekommen, die vor ihm steht. Ja, Wiedersehen leben. Ne? Arrivederci. Ach du Scheiße. Okay. Wenn das das Schwierigste bleibt. Ey, ich weiß nicht, was ich an der Stelle machen soll. Ich weiß es nicht. Aber es gibt bestimmt noch mehr von diesen Reitleveln. Und ich finde das erste davon jetzt einfach schon richtig ekelhaft. Ja, 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 nein. Da muss man auch noch drauf springen. Ja, ist klar. Natürlich. Konnte ich riechen. Okay, hier komme ich ganz rechts vorbei. Hier komme ich auch, äh, ganz links. Upsi. Links-Rechts Schwäche mal wieder. Äh. Und hier. Und hier. Nein. Wie das hier funktioniert, keine Ahnung. Also entweder mit einem gut gezielten Sprung über den drüber. Aber ansonsten keine Ahnung. Das ist ja mal. Ih. Ich glaube, ich muss eher an der rechten Seite vorbei. Ja. Definitiv. Rechts. Nein. Nein. Ich vollpfosten. Gut, dass man über die Checkpoint-Kisten fest darüber springen kann. Gut. Dann die wunderschöne Stelle nochmal. Sie hat ja so viel Spaß gemacht. Nicht wahr? Okay, aber jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich gecheckt, wie es funktioniert. Jetzt muss es halt nur irgendwann mal klappen. Alter. Wie viel Leben habe ich jetzt hier schon verloren? 16? Ne. Warte mal. Ich hatte 23. Also 8 Stück oder so bestimmt schon. An dieser Stelle. Wieso? Wieso ist diese Stelle so... Ich bin gesprungen! Okay. Ich nehme alles zurück, dass Crash Bandicoot bis hierhin einfach war. Okay. Ich merke, die Schwierigkeit nimmt zu. Ich merke, ich sollte mich mehr konzentrieren. Ich merke, ich sollte vielleicht mich um 2 Uhr morgens aufnehmen. Vor allen Dingen nicht Crash Bandicoot. Wieso schaffe ich es nicht, diese Scheißkiste von dem Checkpoint zu zerstören? Es kann nicht wahr sein. Ja. So viel dazu. Jetzt war mein Gehirn komplett AFK. Läuft. 15 Leben. Das hätte man viel, viel schneller und viel, viel besser abschließen können, dieses Level. Aber nein. Wie viele Kisten gibt es? 24. Äh. Ich weiß noch was viel besseres als 24. 25! Aber die Zahl geht nicht hoch, sie geht runter. Das ist das Problem. Von den Extraleben. So, du, du und vorbei. Perfekt. Du, du drüber. Easy. Wo war die Schwierigkeit? 14. Da muss ich die Seite wechseln. Ja, es ist, es ist Try and Error. Es ist Try and Error. Ich kann nicht viel machen. Ich muss hier wirklich ausprobieren, was das Spiel genau von mir will. Ja, okay. Was zum Teufel? Da haben sie ein Wildschwein gebraten. Da ebenfalls. Da dürfte man jetzt diesmal aber nicht springen. Ja, wie gesagt, Try and Error. Da muss man wieder springen. Nein! Ich voll... The fuck? Was zum Teufel? Easy Ultra. Easy. Hammergeil. Was zum Teufel ist da gerade passiert? War das geskriptet? Also wirft mich das Schwein jedes Mal an dieser Stelle ab? Oder... Hatte ich da gerade einfach nur fucking viel Glück mit meiner Todessequenz? Ich glaube, ich hatte fucking viel Glück mit meiner Todessequenz. Easy. Best-of-Moment Nummer 1 erstellt? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, war das geil. Okay. Scheint das letzte Level von Welt 1 zu sein. Kriegen wir das noch rein in den Part? Ich denke schon. Native Forest. ав .... tal'n ng ja m Ich weiß in Ethereum earlier...